Hallo liebe Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Tonleitern und das ist auch eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, welche Tonleitern soll ich denn jetzt üben? Und zwar schauen wir heute erstmal zu den Anfängern. Bei allem, was ich dir hier empfehle und die Leute, die mich schon ein bisschen länger kennen, die wissen, was jetzt kommt, es ist ganz, ganz wichtig, dass du immer den Praxisbezug siehst. Also das heißt zum Beispiel auf Tonleitern bezogen, wenn du jetzt ein Stück spielst, was zum Beispiel in D-Dur ist, dann solltest du die Tonleiter in D-Dur dann auch üben und spielen. Weil wenn du die gut spielen kannst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dieses Stück auch gut umsetzen kannst, erheblich höher, statt wenn du jetzt bei D-Dur, wenn du ein Stück in D-Dur spielst, gerade an Ass-Dur übst. Das wäre natürlich gerade ein bisschen, ja, blöd. Am besten spielst du diese Tonleiter, also wie in unserem Beispiel, das Stück ist in D-Dur, spielst du quasi D-Dur ein paar Mal hintereinander, bevor du anfängst, das Stück zu üben. Also du spielst vier, fünf Mal D-Dur hintereinander und dann beginnst du mit dem Üben des Stückes. Und das führt meistens auch schon dazu, dass das Stück besser in den Fingern liegt, weil man dieses Griffmuster von D-Dur auch gut verinnerlicht hat. So, das bedeutet in einem ersten Schritt immer schauen, dass du möglichst praxisnah am Stück, an deinem Liedrepertoire auch Tonleitern übst. Und für Anfängerschüler, klar, wir üben als allererstes mal die Dur-Tonleitern. Das ist so wie das kleine Einmal-Eins, das ist so wie Zähneputzen. Die Dur-Tonleitern sind so unser erster großer Meilenstein hier. Und die Dur-Tonleitern, wenn man das jetzt so mal von außen betrachtet, gibt es ja zwölf unterschiedliche Dur-Tonleitern, das ist schon eine ganze Menge. Ich würde für Anfänger das jetzt auch nicht so strukturieren und sagen, so jetzt üben wir alle Dur-Tonleitern und dann schauen wir weiter. Sondern ich würde sagen, spiel erst mal die Dur-Tonleitern bis drei Kreuz und bis drei B-Vorzeichen plus C-Dur. Und das erst mal richtig gut spielen können, total sicher spielen können, fehlerfrei spielen können. Und dann von dem Standpunkt aus, von der Basis aus, kann man das natürlich dann sehr gut erweitern auf die übrigen noch fehlenden Tonleitern, dass du dann schließlich bis sechs Kreuz und sechs B-Vorzeichen spielen kannst. Mit welcher Tonleiter solltest du jetzt beginnen? Man würde jetzt normalerweise sagen, okay, mit der einfachsten, die keine Vorzeichen hat, also mit C-Dur. Das mache ich jedoch bei meinen Anfängerschülern eigentlich nie, dass ich mit C-Dur anfange, denn diese Tonleiter liegt auf dem Saxophon jetzt entweder in der extrem tiefen Lage auch oder du musst hochspielen bis zu C-3, also in die extrem hohe Lage. Deswegen beginne ich mit meinen Schülern meistens mit G-Dur und D-Dur. Das sind so Tonleitern, die da ganz gut funktionieren. Und erfahrungsgemäß tun sich meine Schüler ein bisschen leichter bei den Kreuztonarten. Also dann spielen wir G-Dur, D-Dur und A-Dur. Und wenn die drei gut laufen, danach kommen die Tonleitern mit den B-Vorzeichen, also F-Dur, B-Dur und S-Dur. Und wenn das gut läuft, kommt dann irgendwann auch C-Dur. Also man kann natürlich C-Dur auch schon ein bisschen früher sozusagen etablieren. Ich möchte nur damit sagen, dass meine Schüler eigentlich jetzt nicht mit C-Dur beginnen, weil es liegt eigentlich nicht so gut jetzt von der Lage her für einen Anfängerschüler. Und auch so, also wenn mich jetzt jemand fragen würde, welche Tonleiter eigentlich am leichtesten zu spielen ist, würde ich fast sogar sagen D-Dur für mein persönliches Empfinden, weil das so von der Haptik oder von der Griffabfolge, finde ich, liegt die D-Dur einfach total gut in den Fingern. Ja, die Kreuztonarten, das habe ich eben schon gesagt, liegen erfahrungsgemäß meinen Schülern ein bisschen besser oder fallen denen ein bisschen leichter in der Umsetzung. Bei den B-Tonarten gibt es halt eben auch so ein paar Griffkombinationen, die auf den ersten Blick nicht ganz so gut in den Fingern liegen. Deswegen, ja, tut man sich da vielleicht ein bisschen schwerer. Aber an der Stelle, wenn Sachen schwer sind, ist das überhaupt nicht schlimm. Man braucht einfach nur ein bisschen mehr Geduld und ein bisschen mehr Sorgfalt. Und wenn du das aufbringst und sagst, okay, ich bleibe jetzt geduldig, ich bleibe hier am Ball, dann lohnt sich das. Und dann kannst du diese Tonleitern irgendwann auch spielen. Das ist jetzt auch keine unlösbare Aufgabe. Denn je öfter du die Tonleitern spielst, desto mehr wirst du sie auch verinnerlichen und desto mehr wirst du sie auch nach und nach auch gut umsetzen können. Also, das heißt, dein erstes Ziel wäre, die Duotonleitern zu spielen bis drei Kreuz- und drei B-Vorzeichen. Und ich habe in der Videobeschreibung für dich sozusagen, und ich habe in der Videobeschreibung für dich noch einen Download-Link zu einem PDF-Dokument. Und in dieser PDF habe ich dir diese Skalen alle nochmal aufgeschrieben, also die Tonleitern bis drei Kreuz- und drei B-Vorzeichen, sodass du eine gute Vorlage hast, um das auch üben zu können. So, und wenn du irgendwann an dem Punkt bist und das alles geübt hast, also die Tonleitern spielen kannst, G-Dur, D-Dur, A-Dur bis drei Kreuz-Vorzeichen, F-Dur, B-Dur, S-Dur bis drei B-Vorzeichen und C-Dur, dann hast du echt schon eine Menge geschafft und dann hast du echt schon ein richtig gutes Fundament, um von da aus auch noch weitere Skalen zu üben. Genau, aber so für einen Anfang reicht es erstmal völlig aus, für Anfänger erstmal bis drei Kreuz- und drei B-Vorzeichen zu spielen. Und wie gesagt, in der Videobeschreibung findest du die entsprechende Datei zum Download, nochmal die Auflistung der Dur-Tonleitern bis drei Kreuz- und drei B-Vorzeichen. Okay, das war's also mit dem Video für heute. Schreibe mir gerne deine Erfahrungen mit den Tonleitern, mit dem Üben der Tonleitern in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in einem der nächsten Videos. Bis dahin und schöne Grüße.